Ich komme von einem Industrieunternehmen, kam ich hierher und ich bin hier angekommen und war tatsächlich von der Dutzkultur hier sehr überrascht gewesen, also dass sich alle hier so locker duzen. Es gibt keine klassischen Hierarchien so an sich, was jetzt zumindest das Verhalten angeht und das hat mich hier auf jeden Fall sehr überrascht, weil ich das einfach davor nicht kannte. Ich habe ganz klassisch eine Ausbildung zur Industriekauffrau begonnen und dann auch abgeschlossen, habe dann daraufhin in der Personalabteilung gearbeitet mehrere Jahre. Jetzt bin ich seit 1. August 2021 hier bei Werner Sobeck tätig. Ich muss wirklich sagen, ich wurde von allen herzlich empfangen, sowohl Kolleginnen und Kollegen hier im Team, aber auch von anderen Bereichen und ich versuche einfach durch die Einführungsveranstaltungen dann den neuen Mitarbeitern auch schon mal einen guten Start zu ermöglichen. dean